herzlich willkommen auf unserem kanal schön dass du eingeschaltet hast ich war gerade bei der post und schaut mal man hat die lego zeitung bekommen zeitschrift der jüngere von uns und guckt mal daher in plastik verpackt und da ist kein spielzeug oder sonst was drin das ist einfach die lego zeitschrift in plastik verpackt und das muss nicht sein einige von euch bekommen auch so werbungen geld plastik verpackt das muss auch nicht sein ich weiß es nicht ich werde natürlich auch anschreiben gucken was sie antworten ich vermute dass es halt sein wird ja es muss halt eingepackt werden damit die zeitung nicht nass wird naja ich finde es unsinn es so zu verpacken wie ihr wahrscheinlich auch gelesen gehört habt diese woche in den nachrichten dass man erwiesen hat dass man im blut plastik hat und das hat mich auch sehr geschockt also ich ermutige euch umzustellen ohne druck und stress wir haben es geschafft und ihr schafft es auch bis dahin danke fürs einschalten was man hier dazu dass es so plastik eingepackt ist würde mich interessieren